Du bist Programmieranfänger und willst die Programmiersprache C erlernen und meistern? Oder du hast bereits in anderen Sprachen Erfahrung gesammelt und möchtest jetzt durchstarten? Dann ist mein Kurs genau das Richtige für dich, denn wir werden gemeinsam in der C-Programmierung richtig durchstarten. Ich werde dich fit machen und alles Wichtige zeigen, damit du eigene, schnelle und effektive Anwendungen programmieren kannst. Mein Name ist Jan Schafranek und ich werde dir alles Wichtige zeigen. Wir fangen ganz am Anfang an. Was ist ein Compiler? Was sind Variablen und wie werden diese abgespeichert? Dann geht es weiter mit der Reise. Wir werden uns Abfragen anschauen, Schleifen, Arrays. Sogar das Arbeiten mit Zeigern werde ich intuitiv und unkompliziert erklären. Und alles wird anhand praxisnahe Beispiele geschehen. Wir werden eigene kleine Spiele in der Konsole programmieren oder mathematische Funktionen implementieren. Am Ende des Kurses wirst du das nötige Know-how erlernt haben, um durchzustarten. Also worauf wartest du noch? Schreibe dich jetzt ein. Ich freue mich auf dich.